Leute, wir probieren Sachen, die ich davor noch nie probiert habe. Los geht's! Fangen wir mit diesem Loco Juice. Drei oder vier, weil es schmeckt so heftig nach Bananen. Feier ich nicht. Machen wir weiter mit den japanischen Nüssen. Es sieht so weird aus. Ich probiere jetzt das hier. Es schmeckt so nach Fisch. End of last one. Das ist so veganer Schokomousse auf Kokosbasis. So sieht es aus. Das ist so lecker, Leute. Oh mein Gott.